Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Rhyme. Wir haben hier wieder eine große neue Welt. Mal erstmal alles genau durchchecken. Oh, war da? Nicht fallen? Okay, wir müssen da lang. Wie der gute Fuchs uns das schon sagt, er läuft weiter voraus. Wir gucken trotzdem einmal her. Okay. Gut, einfach mal. Einfach mal umgucken und überlegen. Ich glaube, da könnte er jetzt nicht lang. So, davon haben wir zwei. Wir brauchen aber auch den... Ah, da ist der dritte. Gut, wo ist denn der Fuchs jetzt schon wieder hin? Wir müssen erstmal hier gucken, was hier ist. So, aha. Das sieht aus wie... Das ist auf jeden Fall der Fuchs und der führt uns zu dem Turm. Und das ist ein Männchen. Also das sind wir, ein Männchen. Guck' ich einmal noch hier. Da unten ist auf jeden Fall noch was. Da muss ich jetzt... Ich guck' erstmal hier oben. Das ist ja jetzt eh noch nicht hier der große Turm. Okay. Und wir haben noch ein Puzzleteil. Und da kann ich gar nicht hin. Na, da hinten kann ich auch nicht lang. Das ist eigentlich der große... Der ist da. Ja. Ich denke mal, ich muss mich hier hinstellen. Ach, da ist er ja, unser Freund hier. Ah, da. Moment. So. Und da haben wir wieder was zu fressen. Für die kleinen... Schweinchen. Und hier haben wir aber erstmal was unterirdisches. Oh, da muss ich natürlich sofort rein. Oh, was ist das denn? Was ist das? Aha. Das ist wie eine Maschine. Okay, ich aber... Mhm. Kann ich nichts mit anfangen mit der Maschine? Also geht's da hinten dann doch weiter? Das ist voll lustig. Tja, was haben wir denn hier? Dingens, 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 dingens. Umgucken. Da ist das mit dem Wasserfall. Und wir können aber dort hoch. Weil, warum? Wieso? Weil, ja. Wir machen es einfach mal. Ich weiß natürlich nicht, wie wichtig es ist, alle Dinger wirklich zu haben. Ob wir alle Tiere brauchen, oder ob wir nur den Weg gehen müssen, oder und, und, und. Was haben wir da? Ach mein Gott, noch was. Ähm. Ein Bild? Oder? Ich konnte es jetzt nicht wirklich sehen. Da ist schon wieder dieser... Rote Umhang. Wer bist du? Ich meine, warum spricht er nicht zu uns, ne? Äh. Wir haben auch einen roten Umhang. Sind das... Oh. Das wäre ein bisschen knapp gewesen. Ne, das war richtig, hä? Wird schon wieder dunkel. Wir sind jetzt schon zwei Tage hier. Jetzt gehe ich da hinten am Strand noch lang. Wir müssen ja alles abklappern. Alles. Alles. Ist das vielleicht auch ein Schiffbrüchiger? Na, na, dann... Ich meine, klar, sonst geht die Story verloren und all so ein Mist, ne? Aber warum redet der da nicht mit uns? Ich weiß, ob ich jetzt nicht mehr als einBere²aad von mir klar drauf Een... ... und dann... ... und dann... ... und dann... Ich weiß absolut nicht, was ich jetzt damit machen soll. Ich nehme sie jetzt einfach mit. Ich weiß nicht, was das ist. Also ich kann damit auch definitiv nicht springen oder sowas. Ich kann die eigentlich wirklich nur tragen. Na, warte, wir müssen nach oben. Ja, und da haben wir auch schon ein Problem. Wir können nicht nach oben, also versuche ich es mal auf diesem Wege hier. Und da hinten lag da sowas wie eine Maschine. Vielleicht braucht es nur einen Kern. Und dann… Ja. 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 Ich hätte sie ja werfen können. Hm. Ja gut, wenn ich sie gleich brauche, dann brauche ich sie. Wenn ich, dann nicht. Dann hätte ich sie werfen. Ja gut, ich hätte sie werfen können, hätte ich wirklich. Egal. Wir gehen erstmal nach oben. Oh, die ganzen Treppen wäre ich schon wieder fix und fertig gewesen. Boah. Jetzt steht der da oben. Langsam wird es mir unheimlich hier. Langsam ist mir das unheimlich mit dir. Hm. Da komme ich nie rüber. Und so weit kann ich nicht springen. So, hier liegen auf jeden Fall wieder Wildschweine en masse. Komme ich da irgendwo? Da komme ich doch irgendwo lang. Ja. Scheiße. Wo komme ich denn jetzt? Ach, da ist noch so ein Tier. Wie komme ich denn da jetzt lang? Hm. 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 Hm, 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 hm. Hm. Okay, machen wir erstmal weiter. Da vorne sitzt der Fuchs. Der ist auch schon wieder am Plärren. Ah, gucke mal. Okay. Hm, 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 hm. Da ist der Tunnel, wo ich dann hoch kann. Was ist das hier? Ist das hier irgendein Typ? Hm. Hm. Ich weiß, dass du da vorne stehst. Ja. Ja, ruhig. Wir können nur lachen. wohnen. Ich denke mal. Ich denke mal. Ich denke mal. Na komm. Ja, jetzt müsste ich das. Das ist auf jeden Fall, ach, muss ich vielleicht hier durchgucken? Jawolle, achso. Eine Tür. Haben uns eine Tür geschaffen. Hier ist noch ein Tier. Ne, ne Muschel. Ne, ein Puzzle. Okay, nehm ich auch. Mit dem Fressen von den Wildschweinen könnte es vielleicht... ...irgendwas sein, dass sie uns dann die Dingens wegmachen. Ähm... Jetzt sitzt er da vorne. Guckt euch das mal an. Ach ne, das ist immer noch der Ort. Jaja. Genau, ich war jetzt grad ein bisschen daneben, ich muss da hinten hin. Ich will da rein. Wie komm ich da rein? Das hat irgendwas mit diesen... Da muss ich jetzt vielleicht ganz viele Wildschweine sammeln. Lass die dann mit mir da so rein. Oder vielleicht die Lichtkugel? Oder vielleicht die Lichtkugel? Waren hier nicht Hüllschweine gerade noch eben? Die sind jetzt alle weg. Die machen gerade alle Haier. Ja. Da sind zwei. Na, dann kommt mal mit. Ja. 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 Jawoll. Hat geklappt, wie ich das mir vorgestellt habe. Na gut, ich bin jetzt trotzdem nicht da reingekommen in diesen Ort, aber es ist ja jetzt nicht so wild. Jetzt geh ich da rein. Ah, es läuft. Läuft, läuft. Ich glaub, wenn ich da jetzt drinne bin, dann krieg ich bestimmt die andere Tür auf. Oh. Äh, sieht nicht sehr vertrauenswürdig aus. Nicht aus da unten. Aha. 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 Ich werd trotzdem versuchen zu springen. Das hat nicht funktioniert. Gut. Okay. Ähm. Ähm. das funktioniert irgendwie nicht. Ach so. Jetzt kann ich hier hoch. Ich werd auch mal kurz auf. Ich werd jetzt nicht rassistisch klingen. Ich werd jetzt nicht rassistisch klingen. Ich muss die Dingens nach oben stellen. Hier. Ich hab jetzt erst gesehen. Oh, ist jetzt auf ihrem Platz? Ja. Ja. Woll. Das ist schon ne komische Insel. Wer hat das hier gebaut und alles, ne? wo ist unser Freund der Fuchs hin? Wo ist unser Freund der Fuchs hin? Ah ja. Ja. Ja, wie soll ich den denn hier hochkriegen? Hä? Und nun? Ach. Ach. Okay. Okay, hier aber... Funktioniert doch nicht. Jetzt bin ich das erste Mal wirklich sprachlos. Hm. Muss man nochmal nach unten? Hier ist auch ein. Oh, den krieg ich nicht raus. Was muss irgendwas mit damit sein? Dann stelle ich den mal wieder runter. Ich weiß auch nicht, wie das funktionieren soll. Mir fehlen auch viele Sachen dafür. Upsala. Weil jetzt hier so, das passt nicht. Da fehlt was für. Hm. Hm. Es muss ja damit irgendwie anfangen. Kann man das nicht irgendwie darauf transportieren? Geht das nicht. Hm. Ich komm so gar nicht drauf. Geht das nicht. Geht das nicht. Hm. Ich kann ihn nicht bewegen. Und das passt nicht. Ah, doch so. Ah. Jetzt haben wir's. So, jetzt müsste das... Jetzt kann ich die andere Tür damit öffnen. Mhm. Und der Fuchs ist wieder da. Und da steht schon wieder der... die Person in dem roten Umhang. Wisst ihr, was ich jetzt da mache? Ich geh jetzt trotzdem nochmal nach unten gucken. Ob die andere Tür jetzt auch aufgegangen ist. Nee. Schade. Das heißt, irgendein Puzzlestück krieg ich nicht. Wäre ja nicht das erste Mal, dass ein Spiel bei mir nicht zu 100% ist. Ähm. Upsala. Jetzt steht sie da natürlich nicht mehr. Doch, sie steht da noch. Ah, jetzt gehst du nämlich weg. Genau. Jetzt um die Ecke bist du nämlich komplett weg. Oh. Ein König. Und untertarnen. Und untertarnen. Das ist es natürlich noch einmal rum gehend. Ja. Das ist was eigentlich rechtlich. Ja, da ist auch nichts wichtiges. Oh, was haben wir denn hier? Ich nehme das einfach mal, weil es aussieht wie ein Schlüssel. Etwas, das aussieht wie ein Schlüssel, ist nicht immer verkehrt. Oh mein Gott, du bist so süß! Du willst, dass ich da hochkomme, ne? Ich seh das schon. Du willst, dass ich erst mal andere Sachen mache? Ja, das ist ein schlaues Ding. Oh. Aha. Klein. Da komme ich ja nirgendwo hin. Jetzt da rüber. Aber was ist da oben? Da ist auch noch was. Da gehe ich erst mal gucken. Boah. Hat die Möwe mir voll ins Ohr geschrien. Oh, hä? Ne, da komme ich jetzt gerade nicht hoch. Hm, dann versuche ich es erst mal hier. Da ist eine Schale mit Feuer. Den Stein traue ich nicht. Oh, ich wusste es. Die sahen schon so vorgehoben aus. Deswegen habe ich gleich direkt gesagt, den traue ich nicht. Ja, wo ist er denn schon wieder? Ja, wo ist er denn? Oh, Moment mal, ich muss gucken. Du gehst jetzt da hoch, dann aber... Ja. Hm? Ja. Hmh... Hm, 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 hm So? Jawoll Oh mein Gott. Oh, wo? Y, warum sollte ich jetzt Y? Ha! Oh mein Gott. Wo? Warum sollte ich jetzt Y? Ha! Ah, ich kann hier auf jeden Fall rein. Ah, hier ist der Block. Ah, geschafft. Okay, Leute, ich muss aber jetzt eh Schluss machen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.